Ja man, ja man, ja man, ich starte OBS, ich starte OBS. Hab Aufnahme gestartet. Äh, ich schreib rein. Schreib rein. Hast du reingeschrieben? Ja, ich hab reingeschrieben. Dicker, Mann, meine Mutter. Ich bin drauf. Bist du? Ja, der ist bei mir. Okay, ja. Die sind bei mir. Da ist die... Die pörnt sich weg. Ich laufe schon mal in die Richtung. Hä, ich bin Solo drauf und die laufen von mir weg. Ich bin nicht mehr bei denen. In welcher Richtung haben die sich gefolgt? Ich möchte mir einfach mal hören. War das einfach, äh, schlecht? Soll ich mich hinterher schauen? Ja. Ja. Entschuldigung, aber das ist... Äh, ich hab am Anfang Becks die jetzt nicht gebladen. Ja, ne, die sind weg. Das ist einfach rausgehen, oder? Ich meine, das ist auch nicht so, dass du da bist. Ich, die sind bei mir. Wo? Netherport. Rauschen? Nein. Rauschen? Sag, äh, Quartz 0,0, ne? Äh, 0... Minus 20, 30. Nicht so. Okay, ja. Wo bist du? Gehen auf mich drauf? Ah! Ja, ich geh weg jetzt noch, ich geh weg. Ich geh weg! Läuft noch in... Wie viel? Haya. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich geh weg! Hä? Werht oder wie? Ja, ich geh weg. Wenn du dich wegfaltest, ne? Was? Schaut mich auf! Und du bist wirklich weg! Ich geh weg! Ich geh weg! Egal, ich bin da, weil ich schon tot bin Ich hab nur noch zwei Gaps Hab einen runtergenommen Ja, nice, nice, runter Alles da war, oder? Nein, 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 oder? Doch Lass irgendwie versuchen, da runter zu kommen Ich muss gleich vielleicht nochmal gappen Ah, ne, doch nicht, oh mein Gott Ich hab nur zweimal gappen müssen Wie viel Gaps hast du noch? Digger, ich hab noch einen Drei, vier, hier hinter dir Nein, 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 ist egal, ich bin voll Ja, ja, aber Nimm erstmal, wir müssen runter, bevor du despawnen Alles gut Meine Picke ist gleich kaputt Ich bin unten Ich bin... Na, ich sterbe und falsch an, glaube ich, wenn ich runterbringe Wie viel hast du bekommen? Ist... Äh, hier ist Lava und so Aber es ist noch ein... Wie viel Gaps hast du? Ich hab zwei nur Die haben gut weggecheckt Digger, es ist Hälfte burned einfach Holy shit Prod, 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 2 Buch Fire Aspect, ein Wood Oder siehst du hier noch irgendwas? Ne Hier noch ein Buch Hier, ähm Warte, nimm du das Fire Aspect Ich kann nicht gut Duel bläden Äh, Digger, Wood, so Digger, wer sind die denn? Äh, ich nehm noch den Power 2 mit Und... Das war's Ich nehm noch eine Picke mit Ich nehm noch ein Wassereimer mit Und einen Lava-Eimer Ähm, ist da noch eine Chessplate gewesen? Ne, oder? Ne Du, äh, was hast du jetzt? Alles? Ich hab drei Viertel Spare Armor War alles P2 Ähm, wo... Warte Egal, ist einfach alles hier gebürnt, ne? Egal, es war so... Junge, ich glaub... Was hast du jetzt für Rüstung? Was hast du von denen für Rüstung? Äh, drei Viertel P2 Alles aus der Chessplate bekommen Hier nochmal eine Heal-Pit für dich Was hast du, ähm... Was hast du für Dings, ähm... Ich hab zwei Gap Power 2 Ja, genau Äh, lass hochbauen einfach schnell, oder? Warte, hier Jetzt hast du vier Warte, mach mal Ja, ich bin Full P3, du? Ich bin... Immer noch HP3 Hier, Prod 2 Book Und... 2 Prod Books Drei Prod Books sogar für dich Hier Äh, ich hab ganz kurz ein bisschen... Crap Warte, ich grad... Ich grad mich hier hoch, wo wir auch runtergegangen sind, so... Warte mal, ich wär sowieso nicht an Fallschaden gestorben Mir ist aufgefallen, ich hab ja Feather von dem 4 True Oh mein Gott, das war so lucky Ich hab gesagt, dass wir die runterknocken müssen Ansonsten echt kritisch gewesen Ey, Junge, wir... Wir wären halt... Aber scheiße, dass wir das Mainfire von dem einen nicht haben Ja, Mann, oh mein Gott Und die Schwerte auch nicht Egal, egal Aber egal, jetzt sind die schon mal raus Weil die waren richtig stack Ja, jetzt müssen wir halt irgendwelche fighten mit viel healen Und die müssen wir quicken Ja, jetzt müssen wir Adi fighten Oder wer war das mit dem Ganzen? Hm, Adi ja Ah, das... Das war der... Der in Teamchess Gold Äpfel Dias Gut Warte, wollen wir das zu unserer Teamchess machen? Einfach? Was ist da drin, oder? Dias und... Ja, Digga, wir nehmen einfach mit Alles mitnehmen, ja Ja, aber ich hab keinen Impfplatz Nimm du mit Äh, ich... Ich hau das noch weg Dann nehm ich noch das Food mit Und das Leder noch Einfach Dann hab ich ja das Das noch... Da sind noch Sharp Shutter drin Soll ich den Rest einfach burnen, ja, oder? Ja Was sollen wir jetzt machen? Ich hab nix zum Burnen Wir können nix machen gerade Äh, Level farm Ich müsste eigentlich Level farm haben Ja, dann farm Level Was soll ich machen? Äh, haben wir noch Gold, ne, ne? Ne, eins haben wir noch Wobei, ich könnte auch auf... Irgendwie... Hast du viel Eisen? Ich hab... Ne Das hast alles du gekriegt von mir Ah, 38 hab ich noch Ist dann noch ungebratenes Eisen drin gewesen? Also 19, ja Ja, hast du das? Ne, ne, das liegt da Ich hab keinen Platz mehr Warte, dann war nimm kurz das Eisen da Und da... Da ist es, da ist es Okay Ja, dann, äh... Warte das mal kurz durch So, warte mal Dann geh ich nämlich jetzt auf Sharp 5, oder? Aber was anderes kann ich nicht machen Oder auf Fire Aspect halt auch Ähm... Ich hab zwei Apps von denen, ne? Ja, ja, das... Ähm... Ja Level 5, dann... Ja, ich bin gleich voll gut zwei auch noch Ähm... Hast du Ench? Kannst du aufstellen? Nur eine Sekunde Schade, dass Pirsichfisch jetzt nicht joint Äh... Ich mach ganz kurz noch bisschen mehr Food für mich Weil ich hab noch 17 Ähm... Kannst du irgendwas in deinen Inf noch aufnehmen? Ähm... Ähm... Ja, könnte ich Was soll ich aber mitnehmen? Ähm... Hier die Strings vielleicht Damit wir noch einen besseren Bogen machen können Gut, äh... So... Ist schon, dass ich hier jetzt Level-Farmen einfach stelle Ähm... So, Ench... Luca hat mir geschrieben Was? Aber ich... Ich ignor... Ne, ich ignorier jetzt einfach Junge, es hat sich... Es hat sich so gelohnt, ne? Es hat sich so gelohnt gestern der Tag Ja... Einfach den ganzen Tag away Einfach, um alles zu burnen Hat sich's richtig gelohnt Ja, Mann Hehehe Darf ich den Ench mitnehmen? Äh, ja, kann ich nicht nehmen Ich hab Envil Willst du noch einen Envil haben? Stimmt, ich hab gar keinen Envil Ich hab zwei Passt halt nicht in meinen Inf so Ich hab keine Envil Wir haben noch sechs vier jetzt, ne? Ey, wir können... Also ich kann auch noch irgendwas nehmen, wenn du willst, ich hoffe Ja, okay, dann komm mal hier rüber Ich dropp dir hier Bones mit Falls wir die irgendwann brauchen Hast du die Öfen leer gemacht, oder? Nein, hab ich noch nicht Okay Äh, Envil? Äh, ja... Oh, der ist very damaged, aber... Sollte gehen, oder? Nee, ach... Oh, ich bin in Feuer reingelaufen, leck mich Ey, aber mein Helm hat nur 40 Dura verloren sogar Meine Schuhe haben ein bisschen verloren Dann ist ja gut, Digga Leck mich Was? Ich hab jetzt nicht aus unserer Leitung Äh... Ich werd einfach noch gebannt, weil ich jetzt gerade lag mich gesagt hab Easy Toxik-Spieler, ey Rumba-Zumba, ja Oha, ich hab sogar Pottbücher über Ich muss nach der Folge auf jeden Fall big business antworten Herr, wem? Deiner Mom? Rumba Digga... Äh, Rumba Digga Luca meines Ähm... Meine Mom war halt im Zimmer und hat so Sachen in meinen Schrank eingeräumt, weißt du? Was? Wir reden grad noch so darüber, wie wir wen fighten, weißt du? Meine Mom ist so drin und ich so, ja, lauf schon mal in die Richtung und die so, was? Und ich so, nein, nicht du Hahaha, wie geil Ich bekomm aber immer noch kein Firesweg, das ist halt echt dumm Ja, das ist echt bad Wär das Ah, fick dich doch Beleidige mich nicht so hier Oha, ich kann ja noch Bücher machen Wie, was? Bist du Bücher egal? Ne, lohnt nicht Glaube ich Ich bin jetzt full P3 Nice Lass erstmal full P3 bleiben und jetzt auf Sharp 5 Fire beide gehen, oder? Ja, aber das lohnt Am ehesten Oder? Ja, ja, deswegen ja Okay, ein Sharp, ne Schwert noch, ja, ich bekomm halt echt kein Fire Hast du das Dual Blade Schwert mitgenommen, ja, oder? Ja Das können wir zur Not auch immer wieder repairen, aber Ja Irgendwann wär schon Mainfire ganz gut, weißt du? Ja Ja, geil, mein Anvil ist broke Aber ich muss halt durchchacken, das ist so dumm Äh, ja, ich kann dir neun geben Oder Eisen wenigstens, kommst du mal, wo bist du? Ich bin bei 120 und 0 Okay, dann bin ich gar nicht so... Der Gas schießt auf dich, King He, he, he Was, die haben Flame? Ne Ich dachte, Gott Ja, hallo, hallo Darf ich den dann auch behalten? Ja Ja Wenn du jetzt nochmal schnell aufstellst Ja, den brauch ich jetzt nicht mehr, weil ich bekomm eh keinen Fireback, Junge mehr Ja, ich wollte nochmal Anvil, weil ich schnell Bau machen wollte, ein bisschen Anvil? Ja, dann hast du Eisen? Nee Hast du's gelootet? Sind 19 am Praten, Junge Ja, dann loot die 19 und mach den neuen Anvil mit dem Okay Wir brauchen halt jetzt wieder Gold Ja, wobei 4 Gaps reichen eigentlich, um Leute mit, äh, schlechterem Encrypt zu quicken, so Um die Leute zu quicken Das wollte ich jetzt nicht sagen, ey Mann, wir labern ganze Zeit, dass das Projekt dies ist Mann Mann, ihr tut es so leid Also nicht die, die wir gekillt haben, sondern die anderen Wir sind solche Kings, ich glaube Lasst ihr uns gewinnen? Was labert der? Wahrscheinlich lass ich irgendwen gewinnen? Beim letzten Mal hab ich die schon gewinnen lassen, auch wenn's nicht so aussah, aber ich hab sie gewinnen lassen Ah ja, genau, Feier Hä, was denn? Dann schreibt, ne, ich hab euch letztes Mal schon gewinnen lassen Hehehehe Kommt sich ja gut an Hehehehe Die Krone noch mal Hey, wenn mein Anvil vor meinem Sharp 5 broke geht, Junge, ich schwör dir Das Leben von dem ist vorbei Nein, mein Anvil ist wieder broke Wie schnell, hä? Ich brauch nen neuen Anvil für Sharp Dings Ja, ich komm zurück Kommst du einfach zu mir zu 200-100, weil da ist noch so viel Level, da können wir gemeinsam farmen 200-100 Ja, mach ich Ey Junge, aber ich muss sagen, ich hab eigentlich echt schlecht gefightet in dem Fight vorher Ja auch Dicke Junge, ich hab grad MC gestartet noch, als sie getötet sind Ja, okay, ich schau dir das, was das holen und da Hehehehe Aber ja, nice, dass du das trotzdem bekommen hast Wo bist du denn lang gelaufen? Bist du da unten, oder was? Ne, ich, äh, ne Hä? Ich bin bei 240, 87 auf Höhe 66 Ok Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr den ganzen Tag vorm PC hocken und die abkennen, Junge Endlich, ich kann, ich kann bis 18 Uhr was anderes machen, bis Ray bei mir, äh, zu mir kommt, so wegen, ähm, wegen Fade, Junge Wahrscheinlich kommt er zu mir, King Ja, er ist einfach bei dir, einfach LAN-Party Ja, genau Er wohnt so, er wohnt so irgendwie 500 Kilometer von mir weg, aber ja, er kommt zu mir, let's go So, bist du langsam auch mal da, so? Ähm, ja Ich bin eigentlich, ähm, da Ach so, eigentlich Ja Hä? Hä? Ja, geh doch mal in Gang jetzt lang, ich hab da extra frei gebaut, Junge Ich glaub, wo ist da bitte ein Gang, hallo? Hä? Fire! Fire! Ja? Lauf mal zu circa 240 und 87 Damit verziehen, ja Okay Warte, ist es das Zehngang? Ne Mann, läuft doch da einfach hin, Junge Imagine man heißt, Firestyle und ist inkompetent Mann, scheiß Gas, ich schwör's Ich hör' dich Ich hör' dich Okay, warte, stell' anvil auf, please Dann kann ich noch ein Sharp 3 machen, wenn ich es in der Zeit So Hallo, nicht mitnehmen, stopp Ja, doch Zehn Sekunden, wir haben zehn Sekunden Ja, ich hab aber genau meine fünf Level Ja, du schaffst es in zehn Sekunden nicht mehr jetzt Digga, ich hab' 40 Ach so, du hast noch 40? Ja, ich hab noch 40 Wer stimmt denn, ja, der, ja, ja Wusste ich nicht Okay, das war's bei mir mit der Folge Schaut bei Fire vorbei, ciao